Oh, das ist ja ganz schön am Bluten. Wie ist denn das genau passiert? Mega Missgeschick. Ich hab mir das Weinglas versehentlich selbst gegen den Kopf geschlagen. Okay, wie kriegt man das denn hin? Keine Ahnung. War einfach dumm von mir. Hm. Und wer ist das? Ich bin der Freund. Ah. Ah, Mist. Wir haben ja Corona. Ich müsste Sie einmal bitten, draußen zu warten, bis wir fertig sind. Ich sag Ihnen dann gleich, in welches Krankenhaus das geht, ja? Alles klar. Also nochmal, du hast dir das Glas ins Gesicht geschlagen. Alles klar, wir machen das folgendermaßen. Ich sag deinem Freund, dass wir ins Krankenhaus hier um die Ecke fahren. Wir bringen dich aber in ein anderes Krankenhaus. Ist das okay für dich? Alles klar, also wir müssen mit ihrer Freundin leider einmal ins Krankenhaus fahren. Sie dürfen bei uns nicht mitfahren wegen Corona. Sie können aber einfach selbst dorthin kommen. Das ist ja direkt um die Ecke. Das ist ja direkt um die Ecke. Wir können L Oberöden yapühren. Vielen Dank.